Willkommen Leute zu einer neuen Dummschwätzer-Folge. Es ist gerade mitten in der Nacht, ich kann einfach nicht richtig pennen. Und ich dachte mir gut, dann nehme ich was auf. Jetzt kann ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt gut wird. Ich wollte jetzt kein Spiel nehmen, das vorgeschlagen wurde, wobei ich mich sehr darüber freue, dass Spiele vorgeschlagen wurden. Und die mache ich auch alle. Von drei verschiedenen Personen habe ich vorneweg fünf Vorschläge bekommen. Und die werde ich jetzt dann Stück für Stück abarbeiten. Das Pflanzen-Würste-Zombies dauert vielleicht noch kurz, weil ich mir das ja noch kaufen muss. Das kostet ja was. Ich finde, vielleicht bin ich jetzt etwas müh... Also, es ist halt schon spät. Aber egal. Okay, guck nochmal. Wir wollen mindestens 30 Minuten spielen. Also, würde ich mal... Oh, es ist so easy. I don't know, why they say it so hard. I can't believe it. Alter, wie ich kann voll dir... Äh, 14 Sekunden. Ich habe gehört, das hat noch keiner auf der ganzen verfickten Welt geschafft. Okay, weiter. Aha, durchgedrückt, der Pimmelnasen. Okay, ich kann nur diese schwuchtelige Musik mitmachen, aber nicht. Excellent. I'm so excellent. Und das noch mitten in der Nacht, wisch? Das ist auf die Nacht, hör mir auf. Oh, guck ja, nicht da. Oh. Das ist ganz schön locker irgendwie. Ich dachte, das wäre schwer. Oh, fahrt mal nicht so schwer. 28 Sekunden. Ey, jetzt mal ganz, ganz, ganz ohne Flachs. Ich habe das mit Wallen mal gespielt und da waren 10 Sekunden echt, also, ein ganz weit entferntes Ziel. Was ist hier los? Ah, 20 Sekunden, ich glaube, ich bin gerade eben zu Gott geworden oder sowas. Blah, 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 blah. 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 Ja, ich esse da alles brezeln. Ist doch kein Let's Play. Blah. Da kann man ja dabei essen und so. Blah. Ja. Okay, blah. Ey, 14 Sekunden. Also, das ist, ich habe gehört, das ist, das hat schon mal jemand irgendwann 28, 24 geschafft. Und ja. Soll ein gut aussehender junger Kerl sein. Ah, fuck, ah, f- Game over. Blah, blah, blah. Also jetzt machen wir mal eine Minute, würde ich mal so, einfach mal so behaupten, okay? It's so easy, like a peasy, I'm going so easy, easy. Das ist lächerlich, man. Wollt's Spiel, bitte schön schwer und so, wo ist das, an welcher Ecke schwer, äh, Döne? Oh, Gott. Again, I wanna die, again. Voll peasyhaft. Leute, das ist jetzt die Herausforderung an euch. Irgendwas stimmt da nicht. Hab ich den Idioten-Modus angemacht, oder was? Oh, Gott, das ist schwierig. Ähm, ja, also macht ihr auch mal hier ein paar Runden und sagt mir mal, das ist doch nee, oder? Also mir kam das viel schwieriger vor. Superhexagon für PUSSY! Guys! Das war knapp, oh fuck, ah! Okay, I can't there. It's gonna be a wine! This is so easy, I'm gonna peasy, easy, halala, 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 halala,... 28 Sekunden werden locker über Boden, motherfuck. Wie schwer, also wie hart angepimmelt war das gerade eben. Das Level hat sich verändert vor meinen Augen, voll assig, gemein und manchmal fies. Also jetzt peilen wir mal ganz hart die 30 Sekunden. Das ist alles nicht kindgerecht. Dabei arbeite ich doch hier bei meinem Kinderfernsehen. Oh fuck. This is not child geretched. Oh fuck. Oh fuck. This is so fucking idiot. Alter, ist das schwer. So weh, das Level baut sich um, dann fick ich mich. Ähm, tot. Ach Gott, ich guck einfach auf die Zeit, die Hunde. Liebhaber. Besitzer. Ich hab gar keinen Hund. Halt auf, mir irgendwelche Sachen hier in den Mund zu legen. Hunde den Mund legen? Dadadadadadadadada. Oh Gott, ich sing hier nur. Ich kann hier nicht so viel erzählen. Man muss sich schon so ein bisschen konzentraten. So ein bisschen. Oh Gott. Okay, 80 Sekunden peile ich jetzt an. Ich meine 800 Millionen. Wenn man eine gute Runde hat und die zu Ende ist, dann beginnt eine schlechte Runde. Oh mein Gott. Okay. Ich trinke kurz was. Moment. Oh, hör mir auf. Tee. Wenn ich singe, kann ich mich besser konzentrieren. Oh Gott. Oh Gott. Wenn man sich einmal verlängt und dann halt korrigieren will, ist es verfickt nochmal vorbei. Es ist vorbei. Wie ein wahrer Lebewisch. Fahr direkt in der Grabe. Hey, schützgegen. Okay, I'm gonna die. No, I can't die, because I'm cool. Was wein? Was ist denn los? Ach so, nein. Ach, die sagt mir an, was als nächstes kommt. Ist das einfach? Also wenn sie Triangle sagt, kommt... Ja, lächerlich. This is no problem for me, motherfucker. Game over. Das ist ein ziemlich großes Problem für mich, dieser Motherferkel. Dieses Motherferkel. Ich kann einfach stehen bleiben, weil nichts kommt. Geil, geil, geil. Macht voll Spaß. Hacke, Beil. Scheiß mich tot. Schieß mich tot. Schieß mich bitte ins Leben zurück. Ach, Gott. Hab ich Reflexe, wie ich manchmal los bin ich wie ein Katz. Zack, auf der Bruder gekotzt. Scheiße. Ja, 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 ja. This is so easy, like a Paisy. Easy game, easy game. Just do it, bitch. Jetzt aber, weh, weh, ich fick mich jetzt selbst. 80 Milliarden Sekunden, 3 Stunden. Exzellent. 30 Sekunden, wir haben es geschafft. So, das war es, Leute. 30 Sekunden, oder? Oder schafft man noch mehr? Ich meine, ich bin schon ein Tier. Aber es ist auch Nacht. Ja. Ich erzähle euch jetzt noch kurz, aber ich spiele nicht mehr. Nee. Hier, dieser 10 Faktenkerl. Schaut mal bei dem im Kanal vorbei. Der ist ziemlich cool. 10 Fakten über Gamer und so. Und das ist tatsächlich, wenn man lange Zeit spielt, sogar die Augen besser werden. Ja, man glaubt es kaum. Und das wohl auch die Reaktionszeit also extrem abnimmt. Man reagiert halt eben schneller. Jetzt habe ich ein Bäuerchen gemacht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Okay, ich singe einfach irgendwas auf das Lied. Freestyle. Okay, wartet. Äh, jetzt. Ich kann nicht singen. Ich trau mich nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte gewinnen, bitte. Okay. I wanna win. I wanna win. 45 Sekunden. Das ist mein Ziel. Oh, zah. Naja, gut. 32 Sekunden. Soll ich nochmal? Nee, komm. Komm. Hör auf. Es langt jetzt. 32 Sekunden. Ich glaube, es ist kein Mensch so gut auf der ganzen Welt wie ich. Das glaube ich mir aufs Wort. Ach, vielleicht mache ich das nächste Mal auch mal 32 Minuten. Es ist ja jetzt spät. Ich bin müde. Ich habe gar keine Tastatur. Bildschirm ist aus. Bin hingefallen. Wieder aufgestanden. Und sowas. Also, ich, äh, man muss es ja nicht übertreiben. Gute Nacht.